hallo und herzlich willkommen zu destiny auf der playstation 4 und bei mir ist der drift freak 90 hallo hallo und ihr seht ihr schon heute mit facecam und ich habe mir gedacht wir tun jetzt mal ein ziel festlegen und zwar vorhut playlist und zwar strike level 41 machen wir mal schön und los geht's so ich habe gehört du hast heute sehr viel glück mit omni google vielleicht kriegen wir den ja heute ja auch zu sehen was würdest du dann dazu sagen okay dann hoffen wir mal dass er nicht kommt aber bei meinem glück wird er hundertprozentig kommt oder nicht wir stehen im krieg mit den kabalen auf dem mars also lasst uns ihr kommando näher hörst du nicht an wie omni google war los taug ok na gut er ist gut geschützt habe das können wir die verteidigung zwar ewigkeiten nicht mehr gemacht aber gut uns freistadt wir werden sehen was uns das ganze bringt was denn das geht easy easy los kann es gehen würde ich sagen ich hole auch mal mein spiel raus ich würde sagen ich habe trainiert aber das habe ich nicht so steht mir mein spiel im weg warte mal ich muss noch ein bisschen was einstellen so jetzt müsste es besser sein aber wer ist da denn jetzt schon wieder gestorben irgendein anderer keiner von uns also so hier seid ihr so machen wir platz für den meister so er ist weg raketen und die will ich das schnell mal holen hier schwere muni für mich das ist heftig wo bist du eigentlich habe ich aus den augen verloren ich bin gerade auch etwas desorientiert muss ich sagen und ich bin gleich im eimer da frisst erst mal meine granate ja guck mal jetzt jetzt darfst du mich wieder belegen zu spät jetzt bin ich wieder da so pass auf muss mir jetzt hier erstmal überblick verschaffen ist er doch ein bisschen her dass ich das gespielt habe so ja theoretisch könnten wir ja einfach weiter wenn wir uns ein bisschen platz gemacht haben hier ja komm manu scheiß brecks gegner boah leute kriege ich ja fast hier schlechte launen hier so pass auf ja ich irgendeiner hat mich gesehen jetzt tatsächlich hat mich denn hier gesehen ach da hinten na dann ist er gut so ich hoffe jetzt einfach mal runter hier bisschen aufräumen weg und oder hat schnell danach sagt weg hilfe 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 da kommt da einer da kommt keiner gut ach du scheiße was willst du denn jetzt bin ich ja fast im eimer theoretisch könnte ich jetzt einfach schnell mal durch rennen ich komme ich komme ich komme ich komme habe ich euch das erlaubt schon weiter zu gehen ja hackengas geben kollege was sagst du hackengas geben ist sie keine wohlfahrt also ja ich dachte ich bin unterwegs ich weiß gar nicht was ich als ich habe scharf schützengewehr nice dann wäre das ganze fähig war toll macht auch echt viel schade schade nicht so ach da na zack zack ach gott so er ist immer noch da oder naja ja ja okay alles gut da frisst meine granate guck mal ich bin ja schon fast fertig mach ich die noch fertig fertig mach ich die noch fertig fertig so eins von drei haben wir so ich hole mein scharf schützengewehr wieder raus na komm na komm habe ich dich jetzt getroffen ja ich treff dich äh 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 eigentlich ist das ja extrem langweilig was ich hier mache ne zack ist ja eigentlich gar nicht so mein stil deswegen mache ich das jetzt auch wieder anders scheiß psion vieche so eiweih da frisst meine granate ei 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 hallo wo kommst du denn her dreh dich doch um du scheiße hilfe ich hab keine muni mehr ah hilfe schnell weg scheiße ah oh hier äh special muni hier zack weg so dich machen wir jetzt auch schlimmer weg hier ja nicht so da ach man der mit seinem blöden schild da hier mir doch ein bisschen auf die nerven so was ist hier oben los hier ist auch irgendwie noch jemand da oben ist keiner so jetzt glaube ich kommt glaube ich leichter panzer ne ne der scheiß besessenen spacko ach die schon wieder die haben ja keine chance sag ich jetzt einfach ist ja einer hochgekommen alter hier ist einer hochgekommen weggerotzt so ach ja die na scheiße schlecht ja es wird schon nur weil ich keine musik hören darf nee darfst du nicht die regeln habe ich ja nicht aufgestellt ach scheiße ich habe das blöde ist ich habe nur noch zehn schoss ein schoss zack jetzt habe ich keinen mehr so dementsprechend muss ich jetzt mal gucken lasse ich euch glaube ich erstmal ein bisschen den vortritt ich gucke mal ob ich hier munition finde ich tue mich hier auf meine sniper position begeben und hole die gegner weg die hier auftauchen da ist ein unsichtbarer irgendwie auch nicht da sind sie alle sag das doch aua da hinten sind auch sniper wie ich ja da scheiße nein oh mein gott ja ernsthaft ja so ein sheet oh ich bin wieder da alles gut ich habe wieder muni wie schön so hier kann ich ja eigentlich oh komm mach dir mit mir na komm ja genau da frisst das so er ist weg so ich muss mal irgendwie mal gucken hast du eine spezielle empfehlung was man hier als waffe nehmen könnte scharfschützen gewehr okay ist zwar streng genommen keine waffe aber gut ja du brauchst da jetzt für den noch keine waffe ja am besten dass du mal scharfschützen gewähren habe ich ja eben auch genommen so irgendwie ist meine kamera gerade leicht schräg oh nein 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 nicht verfliegen oh tolle wurst ja komm jetzt kann ich auch runterspringen jetzt bin ich gleich ne ich bin nicht tot noch nicht ich bin auf dem weg ich bin sofort da keine panik oh lass uns rein nee so jetzt muss ich mal gucken was für eine taktik ich jetzt hier anwende hm keiner mehr da war falls du noch munition brauchst ja kannst du komplett auffüllen alles gut zack welches level ist denn der andere halme 245 du komm mal so wer ist der dom der verballert schon zwei raketen obwohl noch immun ist ja gut dass der dass ich derjenige nicht war no scheiße ich hab gedacht weil mal weil die lebensanzeige schon da war wollte ich ja natürlich ganz schlau sein aber es war wohl nix so komm aua 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 da friss meine granate scheiße viel zu weit weg nein du kommst jetzt nicht zu mir spinnst du da wohl spinnt der wohl hier zu mir zu kommen hallo ist er wohl verrückt geworden so pass auf jetzt zack zack aua 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 ich weiß gar nicht wo ich hinlaufe ich habe keinen überblick mehr ja vielen dank auch Hilfe ja ok das war's ja sehr schön wenn ihr mal zeit habt dann dürft ihr bei mir gerne mal vorbeischauen witzig so in zehn sekunden jetzt ist zu spät so da frisst das diesmal will ich aber auch treffen ich schon wieder nee jetzt nicht wirklich ja entschuldigung das kann schon mal passieren hier einfach das gefecht ja alles gut so kann er sich mal umdrehen bitte so jetzt hole ich da mal aua ey da denn hier schon wieder für ein sheet hier ach da nein kann ich nicht nein ja komm ey warum spawnen die jetzt da hinten auf einmal sind spawnen die da nie nein das wollte ich hier kann man weg ist logisch macht super viel sinn so zack juhu wir haben einmal einsammeln bitte legendär legendär doch die dunkelheit erhebt sich so jetzt denke ich noch mal eine runde hier noch mehr anführer kommen wir müssen bereit sein naja ob du mir die prämie anguckst oder nicht das ist egal was hast du sie bekommen ja noch nicht nichts na toll ja gut dann würde ich mal sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt destiny auf der playstation 4 bis zum nächsten mal leute tschüss kein tschüss gut kein tschüss was ja danke auf wiedersehen